So, jetzt geht euch auf nach Hamburg. Ja, wir sind in Hamburg-Harburg angekommen, wir fangen hier mit der Retournalbahn weiter und dann bin ich gleich hin vor dem und dann wünsche ich den Ort angekommen. Ja, wir sind endlich angekommen und ich würde mal sagen, das war dann auch mit dem heutigen Video. Wir sind echt sehr gut durchgekommen mit dem ICE, RE und Retournalbahn. Ähm, ich war echt erstaunt, wie viele andere auch. Teilweise auch Überpünchlichkeit, was man von der Deutschen Bahn, die man überhaupt nicht kannte. Ähm, aber wahrscheinlich auch, weil viele einfach schon bei ihren Family und Verwandtschaften waren, ist das diesmal einfach wahrscheinlich auch weniger Personenverkehr gefahren. Ich war ja auch schon relativ spät schon. Somit sag ich, war eine schöne Fahrt, eine gute Fahrt und ich sag damit, schönen Tag, macht gut, bleibt gesund, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!